Das haben die gehört. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zum Reforged Battle. Wir sind an der Base von Vendetta und Story. Du müsstest eigentlich, also es ist safe, glaube ich. Oder? Weiß man das? Aber ich glaube schon, dass es von denen ist. Aber das weiß man auch nicht. Stimmt, wir wissen gar nicht, ob das die von denen ist. Wir sind jetzt einfach davon ausgegangen, weil du sie hier gesehen hast, und wir dann so ein Portal gefunden haben. Boah, wird wahrscheinlich die von denen sein. Also hier hat ein Verbrennungsschwert, das ist schon ziemlich geil eigentlich. Flame? Äh, Flame, ja, Verbrennung. Das ist natürlich nice. Okay, der selber hat wieder einen Start-Lag, den typischen. Ja, gut, wo bist du denn? Ich weiß nicht, soll ich mich zu dir hinsnicken? Ich bin in den Mining-Tunnel nach unten. Ich komme wieder nach oben, das ist nichts Besonderes hier unten. Die Base-Tity ist echt mega verwirrend. Also wir hatten uns ja letzte Folge überlegt, ob wir uns hier drin verstecken sollen, oder nicht. Ich mag die Sten halt echt mega, weißt du? Ich bin gerade überlegen, ob ich mir eine Sten machen soll. Aber dann habe ich noch mehr Waffen im Winter und keinen Platz. Nur die Waffenboxen mit oder so, oder? Weiß ich nicht, dann merken die halt, dass hier jemand war. Aber das merken die jetzt sowieso durch die Kisten, oder? Ja, das merken die jetzt sowieso, deswegen. Also, Anyart und ich haben uns jetzt dagegen entschieden, uns hier einzubauen, weil wir wissen halt echt nicht, wann die wiederkommen. Und vier Folgen hier warten ist halt... Dann nehmen wir den Zaubertisch jetzt mit, okay? Dann nehmen wir den mit, ja. Und die Waffenboxen auch, okay. Und die Braustände. Also, hast du noch einen Laveeimer? Dann können wir die einfach verbrennen, die ganze Zeit. Ich habe keinen Laveeimer. Ich habe halt auch generell fast keinen Platz mehr im Inventar. Das wäre auch voll gut, wenn du eine Waffenbox mitnimmst, weil... Ich nehme die britische, weil ich mag die irgendwie mehr als die japanische. Die ist voll komisch, die japanische. Okay, es leckt. Ja, ich habe halt echt keinen Platz mehr. Hier, vielleicht noch das da weg. Ich meine, so viele werfbare Tränke der Heilung... Braucht man nicht. ...wurde ich auch nicht zwingen. Also, ich habe jetzt auch diese normalen zum Trinken genommen, weil die kann man sich auch, wenn man so kurz dann stehen bleibt, ein bisschen verschnauft, ne? Kann man sich... Weil die sind halt... Die heilen viel, viel mehr als, ne? Diese normalen Splash-Portions. Gut, dann lass uns jetzt aber rausgehen, weil... Okay. Ich habe hier gerade ein bisschen Schiss. Wir gehen diesen Leiterweg, oder? Mhm, alles klar. Hä? Hä, haben die sich dann hier immer hochgebaut, oder? Wie, wenn das so ist? Mega cool. Die haben so, und dann haben die hier nur den Block hier abgebaut. Ah! Da sind sie, pass auf, da sind sie... Sneak dich jetzt nicht. Nein, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir jetzt? Wer ist das? Ist es Yuya und Xolo, oder? Ja, aber das... Ich habe nachgeladen. Scheiße, sag mal, hat man... Das haben die gehört. Das haben die gehört. Okay. Lassen Sie es hier kurz... Ich gehe hier hin. Genau, geh nach hinten. Und pass auf, dass sie dich nicht sehen. Und sobald die da hingehen, schließe ich sie ab. Das Nachladen haben die gehört. Das haben die safe gehört. Oh Mann, Annie! Und den Block, der da liegt, sehen die auch. Fuck. Ja, ich kann aber jetzt nicht mehr reingehen. Das ist ein ganzer... Ist, ist... Ich weiß. Aber da hinten ist... Da hinten ist Vendetta. Sollen wir einfach raufgehen? Ich weiß nicht. Okay, lass Speed nehmen. Nimm Speed 2. Warte, 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 warte. Oh Gott, den habe ich nicht mehr. Momentan. Okay. Ich habe Speed 2 genommen. Ich nehme die nächste hier hin. Okay. Lass auf die raufgehen. Oh Gott, die haben auch eine Panzerfaust. Okay. Alter. Mach die Scheiße, Alter. Ähm, lass bisschen defensiv spielen. Okay, ich habe keinen Bock wieder zu sterben. Zieh dich bisschen, komm, komm bisschen mit. Hast du noch volle Herzen? Denk ans Essen. Ja. Ruhig. Warte, wir haben... Wir haben ja die Sniper. Ich hole kurz die Sniper raus. Aber nicht zu lange stehen bleiben. Nee, tue noch nicht. Ach, du Scheiße. Der hat, glaube ich, gesessen, der... Alter, wir hätten uns einfach einbauen sollen. Die wären safe wieder hingekommen, ne? Vergiftung nicht vergessen. Ich habe... Ich habe die nicht. Die hast du. Damit musst du hantieren. Warte, wir sind gerade ein bisschen getrennt. Ja. Aber die trennen sich auch gerade. Komm mal mit, wir haben Speed 2. Scheiße, ich habe sie nicht getroffen. Ich habe nur noch einen Panzerfaustschuss. Okay. Oh, ich muss wieder was essen. Ja, ich habe noch keinen Schaden genommen bis jetzt, ne? Ich habe ein bisschen Schaden genommen. So ein, zwei Herzen. Oh, fuck, das leckt so ein bisschen dann hier. Alter, die machen mir voll viel Schaden. Ich habe das Gefühl, ich mache denen gar keinen Schaden. Nice! Okay, ähm, ich pfeife die Speed 2 rein. Den müssen wir jetzt noch bekommen. Okay. Die Sachen von denen sind halt jetzt weg. Ja, ich habe die Schaden genommen halt. Ja, es ist saugut, dass du getroffen hast. Ich habe gerade irgendwie gar nicht mit der getroffen. Lass den schnell verfolgen. Ich habe keine Schnelligkeit mehr. Warte, äh, habe ich nicht mehr, ne? Scheiße, dann muss ich den jetzt alleine verfolgen. Oh Mann, Annie, warum hast du so wenig Schnelligkeit gehabt? Der geht ins Wasser, der geht ins Wasser. Denkst du, der hat noch eine Panzerschweck, weil dann macht er mich down. Äh, vielleicht. Ich könnte... Der hat... Ja, Annie, du musst unbedingt zu mir herkommen. Ich bin, ich bin da, ich bin da. Ich bin nur über dir, über dir, über dir. Pass auf, warte. Versuch, mit der Panzerschweck irgendwie zu bekommen, wenn er gleich im Wasser ist, okay? Ne, versuch nicht mit der Panzerschweck. Ich will ihn so kriegen. Nice! Wir haben Sachen von denen. Sau gut. Alter. Mir geht die Pumpe. Oh, ich dachte, ich sehe noch einen Namen. Okay, wir sortieren kurz und dann hauen wir sofort ab, okay? Ich, Leute, ich kann die Sachen gar nicht aufsammeln. Kannst du die aufsammeln? Mein Inventar ist gar nicht... Mein Inventar ist halt voll. Hä, mein, es ist nicht voll. Ich habe einen Slot frei oder das wagt nur rum. Ich will connecte gleich mal kurz, okay? Sau nice, Alter. Sau gut. Sau gut. Ich habe nur leider gar keine Munition mehr. Ich muss gleich gucken, ob der noch... So, warte. 20 volle Schuss habe ich noch. Also die... Oh, die haben auch so eine Art Panzerschweck gehabt. Und jetzt habe ich ja die britische Waffenbox. Das heißt, falls ich diese... Dann kann ich das besser nachcraften. Und wir haben 17 Eisen. Okay, saugut. Die Piat. Piat. Das ist die englische, glaube ich. Ich glaube, das ist die englische. Alter, meine Nerven. So, das hier schmeiße ich auch kurz weg. Und dann verbrennen wir gleich alles. Hast du Feuer? Nee, habe ich da dann nicht dabei oder so. Aber das, die spawnt ja auch. Das ist ja im Wasser hier drin. Vielleicht reicht das. Da ist auch ein Zaubertisch drin und so. Da sind noch Schuhe. Hier sind auch noch mal Heal Potions. Bisschen geiler als meine oder so. Ja, Federfall. Den Enchantment-Tail habe ich jetzt auch genommen. Hatten die einen mobilen oder hast du den gerade rausgedroppt? Ähm, was hatten die? Nee, den habe ich gerade ausgedroppt. Ach so. Den habe ich ausgedroppt gerade, weil... Brauche ihn halt nicht mehr. Ja, ich bin überlegen, ob ich den noch... Oder mach halt... Wir haben eh noch einen versteckten. Wir haben eh noch einen versteckten bei uns. Ja, ja, wir haben zwei. Wir haben zwei. Dann verbrenne ich den gleich. Oder sollen wir denen die Sachen zurückgeben? So Taschentuch mäßig. Lapis brauche ich jetzt auch nicht. Aber das machen wir nicht. Also Stan habe ich jetzt auch. Ja. Sollen wir nochmal zurückgehen, dass du dir dort bei denen die Schnelligkeitstränke holst? Ähm, gab es da noch welche? Da war keine mehr drin, oder? Ach so, dann gut. Dann sollen wir bei... Ich habe jetzt noch einen für acht Minuten, aber keine Ahnung, warum der andere so low war. Ja, die Speed 2 gehen nur eine Minute dreißig. Und Speed 2 ist dann halt mega schnell. Du hast gemerkt, wie mega schnell wir im Vergleich zu denen waren. Das heißt, wir müssten eigentlich zu uns kurz zurück und dann bei uns brauen. Aber ich will eigentlich jetzt... Wir machen mobile Base. Wir haben auch Braustände dabei, ne? Sollen wir... Genau, die hatten Braustände. Sollen wir kurz zu denen das... Alles, was wichtig ist, mitnehmen und dann abhauen? Und dann wieder auf die Pferde? Alles, wir haben doch alles. Wir haben echt alles mitgenommen, außer ein paar Heilungstränke. Ja, aber die Braustände halt, falls wir jetzt noch Tränke... Die habe ich. Okay, ach, die hast du. Ich habe alles dabei, ja. Ach so, hast du auch Neterwarzen und Lohnstäbe von denen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Dann müssten... Dann werden die die irgendwo versteckt haben. Okay, pass auf. Dann mache ich hier jetzt kurz... Weil ich habe für meine Panzerschreck gar keinen Schuss mehr. Ich habe jetzt aber die Piat von denen aufgesammelt. Wie viel Schuss für die Panzerschreck hast du noch? Einen. Okay, dann lassen wir den einen für dich. Also die Frage ist jetzt... Wir haben bei uns ja noch die deutsche Waffenbox stehen. Da, wo unsere Base ist. Da steht die rum. Dann... Ja, pass auf. Wie viel Schuss hast du noch für die MP40? Vier Magazine. Voll also alles noch? Voll, ja, ja. Okay, also mit der FG42 war ich jetzt eigentlich echt recht zufrieden. Wenn man richtig mit der trifft, hat die den ja gerade richtig gut down bekommen, ne? Mit welcher? Ich habe ja... Ich habe diese... Ja, ja. Ich habe die FG42 gerade genommen. So, für die habe ich halt nur noch ein volles... Also ein volles Magazin jetzt. Ich habe aber dieses... Dann mache ich jetzt kurz... Ich stelle die britische Waffenbox jetzt auf. Und mache mir Magazine für die Piat, okay? Also ich würde hier ganz gerne erstmal ein bisschen weg, weil guck mal, wo wir hier sind. Wir haben überall Wasser. Wenn jetzt jemand auftauchen sollte gerade, haben wir echt ein Problem. Hör zu, ich mache mir kurz Munition für die Piat, okay? Dass ich... Dass ich schießen kann. So. Ach, Leute. Das eine habe ich jetzt gedroppt. Was kann ich rauswerfen? Was kann ich rauswerfen? Ach, das ist immer so schwierig. Das hier kann ich rauswerfen. So. Aber ich glaube, ich habe Vendetta gar nicht richtig getroffen, sondern eher nur so... Ich glaube, ich habe die gar nicht wirklich... All zwischen die beiden gezielt irgendwie, um möglichst viel Schaden zu machen. Alter, wir hätten die so richtig nice überrascht, aber jetzt ist es trotzdem zum Glück gut ausgegangen, Alter. Meine Pumpe pocht halt gerade immer noch so ein bisschen. Aber ich glaube, die haben es auch schon vorher gemacht. Nee, nee, nee. Erst als du nachgeladen hast. Dann hat sich der eine nämlich gesneakt, weißt du? Ja, das ist halt mega, was nachgeladen ist. So, dann mache ich mir noch... Das hört man halt durch alles durch. So, dann mache ich mir noch Stann. So, jetzt kann ich nichts mehr machen. Dann mache ich mir hier noch die Stann hin anstatt des... So, dann lade ich die auch noch einmal nach, damit ich ein bisschen Schuss habe. Baue ich das ab. Dann, also Vorgehensweise wäre jetzt, wir gehen uns zu unseren Pferden und gehen noch mal zu uns, zu unserer Base, damit du dir Panzerschreck-Munition craften kannst. Okay, weil 18 Eisen habe ich, die müssten wir dann bei uns nur noch schnell brennen, okay? Und dann kannst du dir wieder Ersatz-Munition craften. Also auf die Pferde jetzt, ne? Und dann straight durch und von nichts ablenken lassen. Dann gehen wir hier jetzt wieder zurück oder so, ne? Ja, genau. So. Alter, Alter, war das krass. Die beiden werden sich so schnell eh nicht ausrüsten können. Exxon und Yuya könnten halt irgendwo sein. Achtung. Okay. Ja, könnte sein. Ja, lass versuchen, möglichst zusammen zu bleiben. Das eben war halt... Aua. Ich bin jetzt wieder so richtig vorsichtig auf einmal. Okay, aber hey, wir haben unser Comeback. Und genauso wollten wir es ja machen. Wir wollten erst auf andere gehen und dann irgendwann auf das Oberboss-Team. Haben wir... Ist ganz gut gelungen, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt lass dir einfach so schräg links über diese Wiese. Genau. Hier so lange. Ich hab immer noch Speed. Ich hatte, glaube ich, nicht Speed 2 genommen, sondern Speed 1 aus Versehen. Und Speed-Tränke machen wir... Oh. Oh. Also die sehen irgendwie... Irgendwer verfolgt die. Die Frage ist halt, wer. Das heißt, irgendwo in der Nähe vom Spawn müssen die sein. Das heißt, wir sollten möglichst außen rum gehen, oder? Die hatten aber jetzt auch schon Zeit... Scheiße, es sind Exxolo und Yuya. Und falls die jetzt in diese Richtung hier gehen... Okay, lass schnell zu dem Villager laufen, damit die Pferden irgendwie so am Arsch der Welt rumgehen, damit die uns nicht sehen, ja? Lass uns dieselbe Richtung wieder zurück... Also jetzt quasi wieder dahin laufen, wie wir gerade waren mit den Pferden. Nee, 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 nee. Da müssen wir praktisch da am Spawn vorbei. Da sehen die uns, falls die dort sind. Okay. Weißt du? Die sehen uns dann. Kacke, Mann. Also ich nehm... Ja, je nachdem, wo sie halt sind, entweder gehen sie Richtung Spawn, oder aber, ähm... Man weiß ja auch nie, wo die jetzt gerade genau... Ja, aber irgendwo in der Nähe wird's sein. Das heißt, also die können jetzt nicht am äußersten Rand der Map gelaufen sein, durch die kurze Zeit. Lass... Aua, 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 aua. Bist, glaub ich... Ist das mein Fett? Ist ja auch scheißegal. Das Graue war meins. Ja, ich hab... Ich hab mein Fett. Okay. Ähm, pass auf. Lass einfach. Sag mir jetzt nicht, ich hab nen Sattel weggeworfen. Cool, ich hab nen Sattel irgendwann weggeworfen. Scheiße, ich bin so ein Depp. Hä, wann hab ich denn den Sattel weggeworfen aus Versehen? Fuck! Fuck, wie konnte ich nur so blöd sein? Ja, ist wirklich ein bisschen blöd. Hier ist nix mehr. Ach, wir gleichen uns aus mit unserer Blödheit. Merkst du das? Nein. Du lädst nach. Ich verliere meinen Sattel. Wir sind ein perfektes Team. Ja, ich hab eigentlich nur gesumt. Aber bei mir ist das immer eben auf R. Ich hab meinen Sattel. Okay. Du konntest zur Base kommen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay, alles klar. Und hier sind noch Speedtränke. Soll ich was für dich mitnehmen? Ja, nimm halt mit die Speedtränke. Das sind halt nur lange Speedtränke. Aber egal, besser als nix, ne? So, und was pack ich weg? Das Glas wollte ich jetzt nicht unbedingt wegpacken. Aber Splash Portion of Speedtränke. Speedbringt eh nix. Dann behalte ich mein Glas und komme jetzt zu die Diere. Ach, Gott sei Dank, ey. Immer diese dummen YouTuber, die auf nix achten und so schlechte PvP sind. Ich bin jetzt hier oben halt nur so. Siehst du mich vom Namen? Ich seh dich, okay. Hi, ich bin, ja. Da ist ein Creeper, der nämlich... Oh, hallo Annie. Ich bin hinter dir. Äh, ach da, okay. Du läufst voll falsch. Mal gehen zu dem Pferd hin. Ja, ich muss grad noch mal was essen. Ich muss was essen. Essen, 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 essen. Und dann werden wir in die Folge und dann, ja, haben wir's schon wieder geschafft. Genau. Dann gehen wir, äh, nochmal schnell Speedtränke brauchen und Munition aufstocken. Und ich glaub, mit der Waffenkombi fahren wir mega gut, oder? Ja, ich find's auch ganz so neu. Ich hab mein erstes Klinik gemacht mit der, mit der Waffe. Hammer nice. Ich hab mit der Panzerschweck, wenn du das bei mir siehst, du wirst dir denken, was ein Bob. Ich hab so richtig verfailt mit der dieses Mal. Letztes Mal hab ich die so gut getroffen, aber dieses Mal hab ich irgendwie voll verkackt. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, ich nehm auch den Creeper hier noch schnell mit. Und dann, äh, kannst du ja schon mal folgendem Ende in den Chat schreiben? Ja, ich mach für dich schon mal das Häuschen hier auf. Danke sehr. Mal schreib Ende. Ich setz mich aus. Alles klar. Fährt und zieh es an. Fährt, nein, nicht mich umbringen. Nicht mich umbringen. Fährt. So. Ich geh, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau. Tschau.